Willkommen zurück zu einer Folge, man kauft diese Folge 1155, wir wollen heute mal ein bisschen was, ja gucken wie viele, wie viele Kupferressourcen wir kriegen, jetzt die Frage nur wo fangen wir an, wo bauen wir das hin, weil ich will das nicht hier bauen, hier irgendwo wo Gras ist, fände ich es nicht schlecht, hier können wir einfach mal sagen, so zack und zwar, wir fangen mal mit einem Stack an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir können ja mal so zack zack, so und dann können wir jetzt hier so wunderschön hinbauen und gucken wie viele wir aus einem Stack herauskriegen, zack und dann mit der Glücksspitzacke, so wir machen das so, wir bauen jetzt erstmal ein paar ab, So, mal gucken jetzt was wir rausbekommen, schreibt es mal in die Kommentare, what is the loot of the copper? Werden wir übermäßig viel Kupfer kriegen, werden wir zu wenig Kupfer kriegen, haben wir, müssen wir nochmal Kupfer farmen gehen, müssen wir nicht mehr farmen gehen, waren die letzten Fitfolgen umsonst, oder? Hätten wir einfach alles in einer Folge farmen können. Das ist ja eine gute Frage, ne? So, was sagt der? Also, der ist schon mal nicht voll. Zack. Joa, äh, Joa, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, achtenhalb Stacks aus einem Stack. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht, da können wir jetzt mal hier das so auskleiden und können hier nochmal ein bisschen ein bisschen größer machen, zack, zack. Zack, 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 wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. So, jetzt können wir hier wieder runter bauen. Ja, das gibt schon mal so ein paar Blöcke, ne? Also, ich sag mal, es ist schon verrückt. Also, ich sag mal, es ist schon verrückt. Diese Glücksdrei-Spitzsacke. Schon mal besser wie drei. Wir müssten aber eigentlich mal schlafen gehen. Das ist ein bisschen doof. Wir müssten schlafen gehen. Haben wir ein Bett? Nee, haben wir nicht dabei. Dann müssen wir das halt so machen. Dann müssen wir das so machen. Das geht auch. Zack, zack, zack. Ja. Das geht voll klar. Also, muss man schon so sagen, ne? Hier müssen wir irgendwo, ah, wir haben bei der Village schon noch betten. Zack, zack, haben wir noch betten hier. Äh, geht doch weg. Wir hätten sogar noch Melonen da. Wunderschön. Können wir doch erstmal schlafen. Wunderbar. Und dann gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter abbauen. Juuu. Zack, zack, zack. Zack, zack. Jetzt machen wir da so. Zack. Wir schmeißen auch nochmal hier diese Farm alle an. Und dann machen wir etwas, was wir lange nicht mehr gemacht haben. Wir schmeißen erstmal die Sachen hier rein. Kopper, oh. Wir bauen uns mal ein Stack nach oben. Dann gucken wir nochmal, was wir da hinkriegen. Dann können wir mal gucken, ob das Ganze tatsächlich richtig funktioniert. Wunderschön. Das sind gleich erst 64 Blöcke. Pff, ja, nö. Ich dachte, das wären mehr. Na, das sind 64 Blöcke. So. Ja, süß sehen die Häuser aus. Sweet, sweet, sweet. Aber da sehen wir bis jetzt noch kein Cobblestone. Also funktioniert die Farm tatsächlich immer noch. Das ist echt cool. Das ist echt cool. Das heißt, wir müssen sie gleich in so einem Superspel da erstmal smelten gehen. Zack. So, wir gucken mal kurz, was hier jetzt alles herauskommt. Also, weil hier in dem einen hatte ich ja, glaube ich, die, äh... Genau, da müssten die, äh... Noch ein Mehl. Noch ein Mehl. Noch ein Mehl. Hatte ich den einen nicht umgebaut? Doch, ich hatte doch mal einen umgebaut. Das ist der hier. Das ist der die anderen Böcke. Oder sammelt der die nur und ich muss sie holen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich müsste doch einer umgebaut worden sein. Das ist der. Genau, der wird das nicht sein. Äh. Zack. Nee. Hoch. Also, ich hatte mal einen umgebaut, dass der Moos, dass der Dings produziert, ne? Upsala. Warte ich denn? Ich hatte doch einen umgebaut. Oder hab ich das irgendwie... Nee, die machen alle Dings. Ne, die machen alle was anders. Also alle... Hm. Nee, ich dachte, ich hätte einen... Oder ich hab die wieder zurückgebaut. Das kann gut sein. So, wir wollen jetzt natürlich hier den hier, äh... Zack, zack, zack. Das ist doch wunderschön. Äh, warte mal. Wir wollen sie ja ausbauen. Vielleicht sollte man diese Leitungen auch irgendwie nach... rüberbringen. Aus. So. Weil, wir brauchen ja eigentlich kein, äh... Knochenmehl, weil Knochenmehl haben wir, glaube ich, sogar fast genug. 37, 47, 47, 57, aber wir haben bald 500.000. So. Zu. Zack, zack. Mal schon leer. Ja. Hat er hier noch... Jo. Aber gut, um ein paar Bonemils auch dazu. So, wir wollten eigentlich jetzt mal den Kupfer hier schmelzen. Weg mit dem Kupfer. Äh, ja, so viel Platz haben wir doch gar nicht da drin. Wir haben es natürlich maßlos übertrieben, ne? Komm mal her. Und wir haben ja noch ein paar Stacks da, also ist ja nicht so, dass, äh... Also wir haben ja noch 1, 2, 3, 4 Stacks und 15 da. Äh. Ja, maßlos übertrieben haben wir es. Ah, das Schöne ist ja... Jetzt fällt er natürlich weg, jetzt ist das natürlich doof. Das geht einfach so zügig. Das ist so schön. Das ist so schön. So, wir müssen jetzt mal kurz hier gucken. Wahrscheinlich ist gleich hier irgendwo Ende. Ja. Theoretisch gesehen könnte man jetzt mal sagen, man schiebt den hier kurz hier rüber an. Zack. Und jetzt den schon mal fahren. Und da kann man mal kurz hier rüber laufen. Das können wir gleich mit dem. Wir müssen nämlich erstmal... den hier voll machen. Zack. So, Kupfer erstmal raus. Wunderschön. Und dann können wir nochmal hinbeigucken, was hier so abgeht. Ich glaube, wir haben es echt übertrieben. So, das war dann... Upsala. Da warten wir jetzt nochmal ein bisschen, bis der hier zurückkommt. Das ist glaube ich nicht schlecht. Wenn wir da rüber warten. Wenn wir darauf warten. Ja, ist doch noch voll. Ich dachte, das geht ein bisschen mehr ab. Also wir haben jetzt schon mal ein paar Stacks. Ja, wir kommen die 16. Und dann schmeißen wir mal da raus. Wir brauchen aber für einen Block brauchen wir einen neuen, ne? Ja. Also wir haben schon mal 21 Kupferblöcke. Äh, Kupferblöcke. Und das quasi in so einer relativ kurzen Zeit geschmolzen, ne? Also. Das muss man halt auch überlegen. Das muss man halt auch überlegen. Achso, es geht ja nicht auf, ne? Mit dem. Ja, auch. Es geht ja nicht auf. So, hier sind schon mal ein paar Blümchen angekommen. Äh, jo, ne? Dann könnte man eigentlich die Blumen hier runternehmen. Zack, zack, zack. Dann könnte hier zack, zack, zack. Da reinschmeißen schon mal. Dann könnte der Hopper nämlich weiterarbeiten. Dann können wir noch mal ein paar Kupferblöcke erstellen. Und, äh, der wird jetzt natürlich weiter rumfahren. Kupferblöcke. Also, wir könnten halt auch Cutcopper nehmen oder, äh, Cutcopper Slap. Aber kann man mit dem keine Treppen machen? Das sind das eigentlich die einzigen. Ich dachte, man kann, äh, ich dachte, man kann hier, äh, man kann die irgendwie besser beaufsichtigen. Zack, genau, fahr du mal weiter. Dann können wir hier mal kurz gucken. Ja gut, das ist halt, ne? Wenn man jetzt dauer-dauerhaft irgendwas macht, dann ist klar, dass das nicht funktioniert. Jetzt die Frage, füllen wir eigentlich unseren Lager... Ups, halt, da wollte ich gar nicht. Ne, 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 stopp, nicht so. Also, das ist halt eher grad das Lager, ne? 60, 26. Okay, gut, also wir sind grad quasi im selben Tempo am Füllen wie am Rausnehmen. Also, sprich, äh, wir, äh, hoch. Ne, 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 stopp, das. Das haben wir jetzt nicht dafür langsam, ja. Wir müssen halt nochmal jetzt hier kurz die Minecarts veranlassen. Wenn sie wieder da sind, können wir... ...tatsächlich einmal sagen, äh, gut, Bar, wir können das dann laden lassen, also, machen lassen. Kommt, meine Minecarts, kommt, 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 kommt. Ui, zack, da sind sie schon. Haben noch ein paar eingesammelt, paar hundert Stück. Das ist gut, und da können die nämlich da rein. Das passt perfekt, 64 haben wir da wieder. Ja, ist gut, das passt 1A-Klasse dahin. Die ist leer, die ist leer, das heißt, die können wir mitnehmen. Und schon mal da reinschmeißen, so, wunderschön. Und die haben ja auch schon wieder 1000 Stacks, aber das ist so geil. Das ist so geil mit dem Kupfer, ich wollte sagen, wir verkraften das in der nächsten Folge. Wir haben jetzt schon wieder 1-Stack-Kupferblöcke hier drin, das ist bis zur nächsten Folge. Abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen, vielleicht auch vom Hallo oder sowas. Da freue ich mich sogar, können wir schreiben und chatten ein bisschen. Und, äh, einen Daumen nach oben nicht vergessen, denn das wird mir sehr viel helfen. Bis zur nächsten Folge, ciao, Leute.